jo leute herzlich willkommen zum neuen video wie ihr sehen könnt regnet es leider ein bisschen ich habe heute aber einen richtig geilen tag und zwar bin ich mit dem kory nemet der mir gerade kurz was vorfährt ja ich bin heute mit dem kory nemet und also falls ihr den nicht kennt irgendwie freestyle weltspitze gewesen endurocross weltspitze gewesen motocross beläufe geworden in der wm keine ahnung wie viel mal ungarischer meister europameister gncc meister also ich glaube es gibt nichts was der auf dem motorrad nicht kann und ja heute bin ich bei ihm zum training ein bisschen eine privatschunde richtig geil ja wie gesagt auf jeden fall richtig nice dass es geklappt hat er hat auf jeden fall noch so viele tricks auf dem lager das ist unfassbar so zum glück regnet es nicht und das war auch fest wie raus ja aber es ist halt wenn du dich im eingang schon rein lehnst und du weißt okay ich treffe jetzt genau die Spur hier dann weiß ich auch im kopf okay dann kann ich jetzt einfach vollgas durchfahren weil dann reicht es mir aber wenn du da schnell reinkommst und die Spur nicht triffst dann fährst du halt da in die Büsche so weißt du und das ist halt immer so ich trau mir da noch nicht selber so arg dass ich die Spur jedes mal treffe deswegen fahre ich auch nicht so mit 100% Überzeugung rein das ist so mein Problem so 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 Alter, oh Gott. Ach du Scheiß. Autschie. Autschie. Ah, nicht so schlimm. Du darfst halt nur nicht Gas geben. Du musst halt so... Es gibt zwei Möglichkeiten. Kannst du auch gerade fahren. Wo gerade? Also da runter, also rot. Dann kommen die weißen Steine. Und dann gerade oder so raus fahren. Die Reifen sind ja tot. Sobald ich irgendwo ein bisschen Gas geben muss, dann ist es direkt sterben. Du darfst auf Hut bleiben, weißt du. Wie du sagst. Ja, ich hätte es mit mehr Schwung fahren müssen. Ja, aber da ist die da. Das muss ich wegschieben. Lass doch so, dann ist es tricky. War aus Versehen dritter Gang. War aus Versehen dritter Gang. Ohne Kupplung, oder? Ja, ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Das ist halt jetzt hier, wo genau die Reifen richtig kacke sind. Aber wenn ich den mal habe, dann müsste es eigentlich gehen. Ohne Kupplung, oder? 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 Oh, 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 oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020